bis 34, 35. Oh, Gestern. Nochmals ein Magnetstück. Yeah, heute nur Magnetstücke. Was haben wir? 57, cool. Oh, das ist ja mal was. Jetzt brauchen wir nur noch 10.000 Lumpf. Nur noch 5, nur noch 10.000. So richtig. Viel. Ah, wir müssen weiter rüber. Stimmt's? Ja. So. Also. Suche grosse Gruppe um ein Ring aufzuzeigen. Zeigen. Den. Nur zum Mitlauf. Oh, wahrscheinlich finde ich keine. Ich bin nicht immer da angegriffen. Ich bleib lieber da. Flaster schmeißer aus SM. Ich bin eine Runde drin. Ich bin lieber eine Runde. Ja. Ich kenne es n近. Es ist ein kleiner Rund. Es geht nicht zusammen. Alle sind Päckchen und Päckchen. Sogar am Abend nicht. Mist, es ist einfach nichts los. Wollen wir ein bisschen trollen? Ich troll einmal ein bisschen. Bisschen Dessert und trollen. Schauen wir auf der Map. Also wenn wir hier runter gehen, kommen wir zu einem Pfand. Und hier ist der Bind. Der eine Bind. Ich weiss nicht ob die A2 haben. Aber da trollen wir mal ein bisschen. Mal schauen ob wir abgeschossen werden. Wahrscheinlich werden wir sowieso sofort abgeschossen. Aber ein bisschen trollen. Mal ein bisschen winken. Deuten. Verbeugen. Verhöhnen. Ausruhen. Jubeln. Applaudieren. Ähm, wie haben wir das Ding gemacht? Nächste Schnellliste. Dann machen wir das alles hier hoch. So. Tanzen. Handkuss. Verhöhen. Verbeugen haben wir schon. Winken haben wir. Ja. Also trollen wir mal ein bisschen. Da ist Sachen vor. Loll. Loll. Die greifen, die greifen einfach an. Loll. 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 Ich trolle nur und die greifen zu 20 an. an. Lääh. 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 Die meinen nicht. Ich deute sie alle. Mit Stufacht und sonst. Für mich sind die keine Herausforderung. Also, die sind für mich keine Herausforderung. Ich werde angedeutet, dass es keine Herausforderung und die greifen mich an. Wir gehen jetzt mal ein bisschen außen herum. Was ist mit denen los? Bin ich mit Lederrüssi so extrem starkersehend? Bin erst Stufe 28. Aber gut für das Video. So, jetzt schauen wir, dort ist das Herbert Ford. Jetzt trollen wir mal so richtig. Genau, wir legen den Bogen ab. So, wir trollen jetzt mal richtig. So, ganz richtig. Tra lala, ich hab keinen Bogen. Sie greifen mich aber trotzdem an, müsst ihr sehen. Tra lala, tra lala. So, ich hab keinen Bogen. So, wir gehen zu dürfen. So le hast du. Ja! Ja! Hahaha. Schön. Jetzt habe ich ohne Bogen gewunken und sie haben trotzdem... ...nicht... ...nicht gettet. Ich liebe das. Ich werde sie mal ein bisschen töten. Ohne Bogen, nur mit den Fäusten. Lalalalalala. Mhm. Mhm. Als ob ich die Punkte wert wäre. Ja. Ich mache es mal weiter so. Lalalalalala. Ja. Ja. Wiii. Ja. Küsschen. Hallo. Ah, ich bin im Kampf. Küsschen. Ich tanze, ich tanze, ich tanze. Hey, lass mich in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Es sind viele. Es sind sehr viele. Nun, schafft ihr mich? Habt ihr... Habt ihr das Traum mich zu töten? Hallo. Ja. So kann ich... Hey, sehr gut, Kameramann. Braucht ne sichtbare Kamera. Ja, töt mich, töt mich. Ja. Nur 1800 Schaden. Das ist zu wenig. Hey, ich mache zwei Schaden. Das ist viel. Schaffen die den Bind anzunehmen? Schafft ihr das? Ja, ja. Kitties mit 10 Jahren oder weniger gehen sie rein und töten einfach Hohenschuldige und so. Oder hat nicht gerne einen Geist schwer. Ähm. Jetzt ist er weg. Ich wollte ihn mit Payen anschauen. Aber er ist jetzt gerade beschäftigt. Da ist er wieder. Jacky kann es halt als Clan. Und schafft ihr's? Es müssen halt mehr online kommen. Ne, genau. Mach du mit. Sehr gut. Hopp! Hopp, ihr Lappen! Versiegt sie! Ich hab da noch irgendwo... den Parabellschuss. So. Ähm. Was sagen eigentlich die... ich möchte gerne wissen, was die sagen zu mir... zu mir... wie ich trolle. Parallelschuss. So. Beide an. Und jetzt... Bam! Jetzt machen wir... Hackfleisch aus den... Fresh Meat! Give me fresh meat! I'm so hungry! I'm so hungry! I'm so hungry! Change! Yeah! 22... Hab ich jetzt... Nein! Nenschan! Geht doch! Und die Blocken immer... Aber das ist ein Parallel... äh... ein Ritt.